Menschen, die sich selbst in Gefahr begeben und ihre eigene Sicherheit für das Allgemeinwohl und für andere opfern und jeder, der in einem Beruf tätig ist, dessen Anliegen das Wohl anderer Menschen und nicht das das Einzelnen ist, sind inspirierend und wichtig. Ich bleibe aktiv und das ist im Moment mein Job, also kann ich mich nicht beschweren. Ein Superheld zu sein macht viel Spaß. Als Kind habe ich immer Filme geliebt, die einen in eine andere Welt versetzen und in denen es Dinge gibt, die man im Alltag nie sieht. Es ist immer wichtig, einen offenen Geist zu bewahren. Als ich aufwuchs, waren meine Eltern meine Helden, so wie sie ihr Leben führten. Für mich geht es im Leben um Erfahrung und darum, ein guter Mensch zu sein. Je näher man dem Tod ist, desto lebendiger fühlt man sich. Die Erfahrungen, die wir als Kinder machen, prägen unsere Meinung über uns selbst und die Welt um uns herum. Und das ist es, was wir als Erwachsener werden. Das ist deine Chance. Jetzt musst du etwas daraus machen. Das ist deine Chance. Jetzt musst du etwas daraus machen.